Willst du ohne den Retter alleine noch gehen, um weiter im Finstern zu sein? Von Gottes Vergebung sagst du dich jetzt ab und nimmst seine Gnade nicht an. Willst du wirklich so gehen? Oh, durch Jesus im Herz. Willst du wirklich so gehen? Willst du wirklich so gehen? Denn Jesus bietet dir nach, die Freundschaft für immer jetzt an. Er schützt dich dann sicher, was zögerst du noch? Begreif doch und nimm seine Hand. Willst du wirklich so gehen? Willst du wirklich so gehen? Willst du wirklich so gehen? Ohne Jesus im Herz. Willst du wirklich so gehen? Aus Liebe starb Jesus am Kreuz auch für dich, um Sünder zu retten vom Tod. Es fließt jetzt ein Born voll lebendiger Flut. Komm zu ihm, er heilt deine Not. Willst du wirklich so gehen? 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 Ohne Jesus im Herz. Willst du wirklich so gehen? Oh Freund, stoße Jesus doch heute nicht ab. Die Ruhe kann geben, oh Herr. Nimm zur Rufe zu und die Zweifel vergiss. Komm, Eilend, und jetzt dich bekehr. Willst du wirklich so gehen? Willst du wirklich so gehen? Willst du wirklich so gehen? Ohne Jesus im Herz. Willst du wirklich so gehen? Bis zum nächsten Mal.